Musik So hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Research and Development Das ist ein Half-Life 2 Mod, das wird auch nicht schnell gehen, das wird jetzt bestimmt nur ein Video lang sein Ich habe mal beschlossen, ich spiele das, weil es wirklich einer der beliebtesten Half-Life 2 Mods ist, welches es momentan gibt Es ist 2009 erstellt worden und ja, mal gucken wie das so sein wird, es hat 6 Kapitel Oh scheiße, dann wird es wahrscheinlich mehr als ein Video sein, aber mal gucken wie das so sein wird Und wir kennen ja schon diesen wunderschönen, diesen Ladevorgang in Half-Life 2, es ist verdammt lange Es hat sich verdammt lange laden Die Leute, die immer sich meinen Half-Life... was? Oh mein Gott, Half-Life 2 hat Drogen genommen, so schnell hat sich das noch nie geladen Half-Life 2, was ist denn los mit dir? Damals hast du immer 2, 3, 4, 5 Minuten gebraucht, bist du endlich in einem verdammten... Oh mein Gott Half-Life 2 hat sich verbessert Es wurde alles besser Also statt in den Kommentaren, dass dieses... dass dieser Mod ziemlich geil ist Okay Anstatt bin ich irgendein so ein bewusstloser Typ, der gerade... Und die Combites versuchen die aufzuhalten, aber schaffen das nicht und die gucken immer mich an Leider nicht geschafft, Combines, leider nicht geschafft Sag mal, bin ich selber ein Combine oder was bin ich? Hallo? Mir ist schwindelig, aber... Okay, ich seh' wieder gut Yay Sag mal, was bin ich eigentlich? Wieso lag ich dort in der Ecke? Rapids Free Zone Waffensichere Zone, okay Was zur Hölle war das? Mal gucken Das Gate lockt automatisch auf der Zellöffnung Aha Kann ich... ich kann nicht springen Irgendwann Nothes Radiation Treatment Hast geldet 2 notable Side Effects Decrease Bodyweight Fire, retardant Co Okay Sag mal Muss ich... Was muss ich machen? Ich hab kein Flashlight gar nichts Ich hab nicht mal in den Lebensanzeiger alles fit im schritt muss ich dorthin sagt man muss ich was mit fuck hier wusste ja geht doch muss einfach nur lesen und nachdenken in diesem spiel und anschließen das ist wirklich ein sehr hinterhältiges spiel also hier muss man wirklich nachdenken level 1 nerds welcome to nerds do not feed the animals thank you also dieses spiel muss man ziemlich gut nach also ziemlich nachdenken aber aber connection to what you're alive can't believe you made it you quick thinking and releasing the specimens I gave most of us to a time to escape I'm on the oscilloscope right above you trying to repair the burst transmitter and get our data out But it's in bad shape. You should go to the south antenna if you can and relay it yourself Head for the labs and fluted waste transfer facility seems to be less activity in the area if any Antlian specimens are left use them as diversion, but I gotta go search choppers are everywhere It's been an honor working with you doc Resistance and freedom. Sag mal bin ich doch gordon freeman oder was welcome to the situated in the In the wet nerds beings compressed not weapons trained personal art in code Okay, ich muss jetzt sie kein rätsel na dann Nope Was zur hölle Wieso springe ich mit licht mit der linken wie renne ich Okay, das ist komisch Hallo Special 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 Händlers must carry pheromone pots in the holding pens at all times Okay Müsste hier hoch können ja ich bin gordon freeman Schön dich mal wieder zu sehen alter knabe ich kann nicht rennen Sag mal was hat das jetzt zu bedeuten Ja Ich bin 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 Was hat das jetzt zu bedeuten Was hat das jetzt zu bedeuten Was hat das jetzt zu bedeuten? Äh 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 Okay Irgend Oh Ich glaube ich check es Ich glaube ich check es Hm Hm Okay ich check es doch anscheinend nicht Irgendwo hier muss Muss so ein Ameisen-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding ins Kirchen sein Ameisenlöwe Digga wo bist du? Ist es vielleicht das hier was da eingesperrt ist? Wie bekomme ich das jetzt auf? Stimmt Ähm Brander Positiv Sponsor Human Reputation Permanent Exposure Relation Treadmeat Und das ist mit Energy Weapons Sag mal wie zum Teufel bekommen wir dich denn da raus? Ah Okay Digga wie bekommen wir dich da raus? Irgendwo muss doch ein Knopf sein oder so Vielleicht die Schalter die hier hinten sind Oh ok geht doch Nein Spare ich auch Karten Man kann ja nicht mal hier das Menü öffnen Digga Bleib schön da Keine Sorge ich leite dich Ich bin dein Anführer Also siehst du diese Stromkabel die sehr gefährlich sein ne? Das heißt Du Du So Erstmal dahin gehen Kapische Äh Scheiß du kannst dich dahin gehen Das sind überall Stromkabel Hä? Ok So erstmal dahin Vorsichtig Geh dorthin Mann ist das Spiel geil Geh dahin Jetzt dorthin So und jetzt geh nach da Und gehst du nach da Nach da Gute Brenda Meine Brenda Wieso heißt es nicht Bertha So nach da Da steht was auf Russisches Perewoski Perewoski Ok Na dann Ok das sind überall Stromkabel Was machen wir jetzt? Da ist eins Da ist eins Aha ich habe es gerade gesehen Wo wir hingehen müssen Also Mich ruft gerade jemand auf dem Handy an Äh ich kann gerade nicht annehmen Also gehst jetzt hier hin Hier ist nach da Nach da Nach da Nein Oh ich dachte er wäre tot Brenda nach da Los Brenda wir haben es gleich geschafft Los Da geht doch Gute Arbeit Brenda Brenda Mach die fertig Das ist meine Brenda Los Brenda Zeig es ihm Bitch slap Oh yeah Und die Leichen lösen sich auf Scheiß drauf Nein Nein Ich kann gerade nicht Lasst mich in Ruhe Ich habe hier gerade was Zu erledigen Brenda Komm mit Brenda Wir brauchen das hier Ich weiß nicht wieso Aber wir brauchen das Ähm Brenda Brenda Zerstör die Scheiße Hier Hier Zerstör das Zerstör das Brenda Dann komm mal mit Ok dann nicht So Brenda Wie schaffen wir das Dass dieses Scheiß Teil irgendwie kaputt geht. Was ist hier oben eigentlich? Aha, aha. Also. Au. Oh. Oh mein Gott. So, du bist da. So, da bin ich jetzt wieder zurück. Tut beleid, ein paar Leute können ziemlich stark nerven. Und ich muss jetzt mal kurz rangehen. So, jetzt zerstör die Scheiße. Fuck yeah, es hat funktioniert. Gute Arbeit, Alter. Das ist doch eigentlich so simpel hier, das Spiel. Brenda, komm mit. Wow, Brenda, du hast aber einmal einen Long Jump drauf. Nein. Deine Freunde sind alle tode. Komm mit, Brenda. Brenda. Oh, Brenda. Meine wunderschöne Brenner. What the? Oh, gute Arbeit. Yes. Er hat meinen Kumpel umgebracht. Dieser Penner stirbt. So als in der Hölle schmoren. Brenda, komm mit. Wir beide gehen jetzt durch dick und dünn. Nur Brenda und ewig Erleben jetzt den geilsten Shit in Half-Life 2 Erleben jetzt den geilsten Shit Irgendwie müssen wir Was müssen wir hier machen? Wow. Brenda, 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 hol sie dir, Brenda. Brenda. Oh, das ist meine Brenda. Das ist meine Brenda. Brenda, 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 Brenda. Gute Arbeit, Brenda. Hol sie dir. Hallo? Brenda, hol sie dir. Brenda, 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 Brenda. Brenda? Wo ist dieser... Scheiße. Wo ist dieser Scheißkabel hin? Ach so, ach so, okay. Was haben wir denn hier? Auf nach Narnia. Dicker. Auf nach Narnia. Ah, Brenda, 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 Brenda. Brenda, hol sie dir, Brenda. Brenda, meine Brenda. Brenda, bist du bekloppt? Brenda, wieso machst du nichts? Brenda, hol sie dir. Nein, nein. Brenda. 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 Hör auf mich zu enttäuschen, Brenda. Oh, nein. Brenda, hol sie dir. Oh, Gott. Brenda. Brenda. Wir haben ein Problem. Oh, Gott. Nein. Nein. Okay. Nein. Brenda. Nein, ich will nicht sterben. Ho, schnell hoch. Schnell hoch. Oh, Gott sei Dank. Brenda. Wie viel Leben habe ich eigentlich in diesem Trucking-Spiel? Oh, mein Leben. Das links ist meine Lebensanzeige. Fuck it. Brenda, ich weiß, dass du es schaffen kannst. Leb ohne mich weiter. Brenda und ich waren so ein schönes Team. Guten Tag, die Herren. Ist hier jemand? Ja, Brenda ist hier. Brenda in der Haus. Brenda ist in der Haus. Los, Brenda, hol sie dir Tiger. Brenda. Brenda. Brenda, Brenda, Brenda. Brenda, du machst mich geil geil. Brenda, meine Brenda. Nein. Brenda gehört mir nicht mehr. Scheide, schade. Oh, es hat sich gespeichert. Na, Gott sei Dank. Oh. 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 Jetzt habe ich es gecheckt. Nein. Hier hast du noch einen Motor. Nein, bitte nicht der Weg. Gott, er ziehe eins. Ein Fass. Ja, ein Fass. Überall. Und noch ein Reifen. Bitteschön. Na, geht doch. Brenda und ich sind das perfekte Dream Team, aber Brenda ist leider tot. Bei diesem Fucker hier. Hallo? Ist hier jemand? Leider Daten. Oh nein. Sexy Date. Wop. 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 Ich hasse diese Daten über alles. Und ich habe sie schon seit HF-LF 2 verachtet wie den Tod. Okay, den Tod respektiere ich, aber... Wop. 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 Und die. Wop. Fuck Ich muss es geschickter machen Oh Gott Okay, wir sind jetzt so weit gekommen Wir dürfen nicht verkacken So, betätigt diesen Scheißschalter Gute Arbeit Ach, nö Vorsichtig Vorsichtig Gute Arbeit Oh, scheiße, stopp Öffne diese, Gottverdammte Wird er gleich die Zombies umbringen? Das wäre awesome Komm los Tu deine Pflicht Geil, der bringt die Zombies um Fuck yeah Ich denke mal, ich kann jetzt auch da rausgehen, oder? Hallo Oh Okay Ich schätze mal, die Zombies können One Hit machen Oh Gott, das Spiel ist Das Spiel ist statisch Alter, hier muss man richtig klug vorgehen In diesem Spiel Muss man ja mal nach Wir müssen uns was bauen Wofür hat man denn Planken? Um sich was Schönes zu bauen Hopsala Fertig, wir sind drüber Äh, ich kann mal Bitches in der Club Bababababababa Bitches in der Club Oh, oh, ne So, nicht so welche Rätsel Oh, wir können hier durch Eine Mikrowelle Yeah, wieso tun wir das nicht rein? Oh, scheiße Willstaff kindly refrain from using the laboratory microwave to reheat food This is a finely celebrated piece of sandwich Scientific 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 Oh Gott, wie blöd Das ist kein Essen Das ist Essen Das ist Essen Oh 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 Was wird singen Oh Äh, wofür brauchen wir das? What? 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 Okay, wir müssen das aufbrechen Hatscha Wow, geht doch Ach no Also Grün ist 9 Blau 2 Gelb ist 6 9 2 6 9 2 6 9 2 6 9 2 6 Oh, nochmal 9 Ah, ne Rot Oh, no Also 4 4 4 9 4 9 6 9 6 4 9 6 2 4 9 6 2 5 6 Ist das was zu essen, kann man das mit dem Mikrobolle tun? Los, da geht's! Oh oh! Okay, ich würd mal sagen raus! Los! Es war ne gute Entscheidung raus zu gehen! Hey Bitch! Alles fresh? Oh! What? Ist das hinter mir gerade einge- oh! Oh Gott! Geh auf! Schnell zu! Ich sag dir, wenn die gleich reinkommen erleben die gleich ein Wunder! Bitte guck dir nicht rein! Oh mein Gott, die wurden alle gepawnt! Fuck yeah! Oh Gott, das Spiel ist geil! Wir sind schon mal Geschichte! Hey Leute, was geht's? Das ist doch schon mal schlau gewesen! Ich bin nicht dumm, Leute, ne? Sonst würde ich das jetzt nicht... Wofür sind die anderen Knöpfe? Okay! Schön! Wir gehen weiter! Das wär keine so schöne Idee! Müssen wir irgendwas damit da machen? Alter, ist das weggesprungen! Alter, ist das weggesprungen! Der Knöpfe wirkt rein gar nichts! Ach, solange die da noch beschäftigt sind mit Zombies abknallen! Kann ich mir erst mal ne ordentliche Brücke bauen! Jetzt beträgen wir diesen Knopf! Yeah! So wird das gemacht! Wem weiß ich zuhause! Oh no! Jetzt ist alles voll mit Strom! Nein! Okay! Ach, nö! Wir können uns einfach eine Kiste hiervon schnappen! Oder? Yeah! Spring! Gute Arbeit! Oh! Danke! Bitsch! Vertau niemals! Okay, da kann man nicht durch! Hä? Wo muss ich denn hin? Oh! Okay! Wir sind frei! Aus der Bahn! Yay! Ich wünsche ich hätte ne Waffe! Aber anscheinend kann man in diesem Spiel keine Waffen haben! Oh nein! Ich bin mit einem Zombie hier eingesperrt! Oh no! 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 Dein Eising kannst du dir sparen! Was denn dafür soll ich mit dir Dreckspenner denn machen? Also das war so klar gewesen! Komm mal her! Schau mal! Ich weiß, du hast keinen Bock zu sterben! Aber komm mal her! Oh! Das war's! Oh! Yoh! Willst du mit? Ich glaub, der kommt nicht rein, oder? Doch, 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 der kommt. Komm doch. Ja, geht doch. Guck mal, machst du fein. Scheiße, ich hättest zumachen sollen. Das ist aber ganz schön gewieft hier. Komm mal rein. Komm mal rein. Hör auf rumzuhäulen, jetzt komm. Nein! Fuck! Komm mal her. Komm mal her. Geht doch. Hab dich jetzt da eingesperrt, du fucking bitch. So, was machen wir jetzt mit dir? Oh, ja, ah, jetzt hab ich es gecheckt. Mein Gott, das Spiel ist aber ganz schön tricky. Mit diesem Spiel muss man... Dein Ernst? Diese Penner haben dir das zugehalten, ey. Sag mal, brauche ich den Zombie noch hier, oder was? Oder brauche ich jetzt nur die Fässer? Ich kann die Fässer? Ich kann die Fässer nicht mal aufheben. Wofür brauche ich die? Ich denke mal, der Stuhl allein wird das nicht halten. Wofür brauche ich die Fässer nicht mehr aufheben. Wofür brauche ich die Fässer nicht mehr aufheben? Oh, kann man die Tölle aufheben? Nein. Sag mal, brauche ich dich? Komm mal mit. Ich weiß, du bist geil auf mein Fleisch. Komm, sag mal, kannst du hier eigentlich drauf? Ey, Digga! Komm mit. Digga, wo bist du? Er ist eindeutig ein Fall für die Klinik. Für das Klinikum. Was ich hier mit den Bomben machen muss, weiß ich nicht. Oh, fuck, hier ist das geil. Hm. Ich brauche Gewicht. Aber wie? Aber wie ist die Frage? Wie schaffen wir, dass du da Gewicht bekommst? Oh, das war so tricky gewesen. Das war so... Das war so... Spring rein. Ich lebe. Das war so verdammt tricky gewesen. Jetzt mal ernsthaft. Oh. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Das war tricky. Du kommst erst mal schön mit, Freundchen. So, ich brauche noch was. Und da muss ich mich einfach hier nach oben bauen. Ja, das geht auch. Why not? Oh, endlich. Jetzt können wir hier wieder uns verpissen hier. Das war scheiße tricky gewesen hier. Guten Morgen. Nein. Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr. in den Scheiß-Code. Fuck. 400. Ich weiß, dass das diese vier... Zahlen waren. Das war doch eine 6 gewesen, dann nicht. Ja, scheiß doch. So, würde ich mal sagen, dass wir endlich hier mal diesen ersten Part von Research and Development. Wir sehen uns dann zu meinem nächsten Part davon wieder und dann werde ich noch mal gucken, was dieser beschissene Code war. Ich hätte es mir notieren sollen. So, bis dann.